Das regionale Innovationszentrum hat zum dritten Mal den Tech-to-Move-Event abgehalten und wieder viele oberösterreichische Schüler zu verschiedensten Workshops geladen. In diesem Jahr erstmals ins Velia Science Center nach Wels. Bei der Tech-to-Move geht es darum, die Kinder und Jugendlichen an die Naturwissenschaft und Technik heranzuführen. Wir wollen sie für das Thema begeistern und wir wollen auch versuchen, ihnen neue Wege in der Berufsorientierung zum Beispiel aufzuzeigen. Bei der Auswahl an Workshops war es gar nicht so einfach, sich zu entscheiden. Wir haben den Mädchen und Jungs beim Raketenbasteln zugeschaut. Man nimmt einfach eine Plastikflasche, macht eine Finne dazu, also diese kleinen Flügel auf der Seite, macht eine Spitze oben drauf, füllt sie so ein Drittel mit Wasser ungefähr und dann kann man mit einem kleinen Kork stoppen, wo man Luftpumpen dran hat, Fahrradpumpen ist vollkommen, da geht er zu. Man muss mit der Pumpe pumpen und dann muss man Wasser aufwilden und so einen grünen Deckel rauftun und dann startet die Rakete. Also ein nasser Spaß, aber ich glaube bei den Temperaturen, die wir heute haben, über 30 Grad, perfekt für den Sommer. Wieder zurück im Velios haben zahlreiche weitere Partner mit verschiedensten Workshops gewartet. Da gab es einen Roboterarm, Physik zum Anfassen und ein 3D-Drucklabor. Auch flotte Flitzer durften selber gebastelt werden. Ja, wir haben als erstes die Autos anmalen müssen und dann haben wir sie ausschneiden müssen und jetzt dann mit dem Draht nochmal ausschneiden. Und was machst du aus deinem Auto? Wird das so ein richtiger Rennflitzer oder wie baust du denn das? Ja, so ein richtiger Rennflitzer. Ob Jan mit seinem Boliden gewonnen hat, wissen wir leider nicht. Gleich nebenan stand der Mars auf dem Programm. Mit dem Joystick wurde der Mars-Roboter auf unwegsamem Gelände bewegt. Und wir haben dort sogar auch Leben entdeckt. Die Kimberli ist für uns heute am Mars. Wie geht es dir denn? Wie fühlt es Ihnen das an in deinem Marsanzug? Äh, hohe Haare. Was hast du schon alles gesehen am Mars? Ein Rammata und kleine Wälder. Ob hoch hinaus, weit ins All oder auf dem Boden. Der Tech2Move Event hat wieder so einiges geboten, um die Lust an Technik und Naturwissenschaften zu halten. Wow, ich koge. Das ist ein Hammer. Wow. 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 World Tour Treasure-Reggae. Wow.